So, ähm, ja, wie gesagt, es geht Richtung Finale. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, ich weiß noch grad nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen zu diesem See, ne? Beziehungsweise da, wo wir diese, diese, äh, Dingensen reinmachen. Diese, na, hier, diese Edelsteine. Meine Güte, Wortfindungsschwierigkeiten. Äh, über deine Anlage schreie ich nicht. Okay, gut, das Frau Schabi hat nämlich letztens gesagt, ich wäre immer sehr, sehr laut. Äh, offensichtlich bin ich das nicht. Ah, vielleicht hat Frau Schabi einfach nur den Lautsprecher zu laut. Oh, wer weiß. So, wir gehen mal in Richtung, ich bin falsch, fällt mir grad ein, ich wollte doch nach oben, dann bin ich doof. Hä? Ich muss doch nach oben. Hä? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Ihr habt keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach noch nicht bereit für dieses Spiel. Ich bin noch nicht bereit fürs Ende. Äh, wie sieht Inoa aus? Inoa ist, äh, am Arsch. Ach, das hast du gar nicht mitgekriegt beim letzten Mal, dann verrate ich auch nix. Aber Inoa ist am Arsch. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber Mainstream, ich darf so reden, wie ich will. Ne? Falls sich da irgendjemand mal echauffiert, weil es hat sich nämlich bei mir jemals, wirklich, ist schon lange her, aber es hat sich mal jemand darüber echauffiert, wie ich rede. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das nicht eine Frechheit? Ich hab doch hier Hausrecht. Hä? Unfassbar, ne? So, ähm, ich glaub, hier bin ich auch nicht richtig, oder? Ich hab keine Ahnung, wo wir genau hin müssen. Doch, ich weiß, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, wo das ist. Das könnte hier oben gewesen sein. Ne, hier ist Mine. Mine, Mine, Mine. Äh, hier runter war das. Genau. Einmal darüber. Jo. Äh, sieht immer noch krass aus. Ja, also, das, das Inoa sieht echt krass aus, weil, naja, Inoa ist, wenn du so willst, ist Inoa komplett vernichtet worden, ne? Also, bis auf die paar, die jetzt noch überlebt haben, ähm, ist Inoa eigentlich komplett zerstört. Schade drum. Ähm, sind auch einige dabei gestorben. Uh, äh, Morkwälder, Wald von Inoa. Bin ich denn hier richtig? Ich hab keinen belassen Dunst, ey. Ich bin hier nicht richtig. Hä, sag mal. Ich bräuchte mal Leben. Ah ja, stimmt, ich wollte ja noch... Ah, das war das, was ich beim letzten Mal machen wollte, ne? Jetzt fällt mir das wieder ein. Danke. Danke, 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 Anke. Ähm, danke, Anke und Frau Schavi, dass ihr das jetzt gesagt habt. Und auch, äh, danke an den Olli. Ähm, ich wollte noch einkaufen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Äh, das wollte ich eigentlich beim letzten Mal noch machen, aber... Äh, ich hatte es vergessen, beziehungsweise ich hab dann gesagt, okay, das machen wir beim nächsten Mal. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal noch einkaufen. Problem ist, wir können nicht da einkaufen, wo wir normalerweise einkaufen, nämlich in Inoa. Weil in Inoa den Laden gibt es nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal kurz einen ganz großen, sehr, 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 sehr großen Umweg machen. Äh, über die Wüste. Beziehungsweise ganz nach rechts. Ähm. Und wir schauen mal. So, jetzt sehe ich gerade, dass der Olli gar nicht Energie geschrieben hat, sondern einige. Okay, na, ist es egal. Das passt trotzdem. Einige und Energie wird ungefähr ähnlich geschrieben, von daher. Also nur, falls du dich gerade gewundert hast, worum hab ich dich vorgelesen. Was war das hier eigentlich für eine Bude? Was bist denn du? War das nicht der Händler? Das Medaillon, seltene Gegenstände und bizarre Raritäten für die Klugen. Hm. Geh doch nach Südost, äh, unten im Eck der Weltkarte. Südost. Da bin ich doch, da will ich doch gerade hin. Da will ich doch gerade hin. So, äh, schönen guten Tag. Na, mein Kleiner, willst du nicht irgendwas kaufen? Ja, gerne. Ich möchte schon gern was kaufen. Aber du Drecksack bist ja so arschig teuer. Holgasring, ja, wunderschön. Aber er kostet, sagen wir, 10.000 Gulden. Willst du ihn immer noch? Ja. Ach, Kleiner, entweder du versuchst, sehr witzig zu sein, oder du bist einfach nervig. Auf jeden Fall kann ich nicht darüber nachdenken. Du machst mich nervös, Kleiner. Kauf etwas oder verschwinde. Ich geh mich doch mal am Feuer wärmen. Ist der Fischer, oder? Ähm, das ist der Händler. Ja, 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 das ist dieser miese Dreckshändler hier. Bei dem kann ich nichts kaufen. Ich hab keine Ahnung, warum ich bei ihm nichts kaufen kann. Es ist einfach alles nur scheiße überteuert. Äh, nee, also bei dem Händler wollte ich nicht kaufen. Ich wollte bei dem rechts kaufen. Äh, der da an, 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 an der Wüste ist. Oder wie, wie der, wie der heißt. Ja, Merrick nervt immer noch mit seinen, 10.000. Ja, 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 der nervt immer noch. Ihr habt keine Ahnung warum, aber er macht es. So, nee, wir wollten, äh, hä? Irgendwo nach hier rechts. Hier ist das Portal. Nee, hier bin ich auffallt. Ach man, wo war denn das jetzt noch mal? Äh, ich glaube, ich muss die, muss ich auch nicht nach? Ja, wie lange spiele ich das Spiel? Jetzt schon seit einem halben Jahr, ne? Und ich hab immer noch keinen Plan, wo ich lang muss. Das ist so geil. Kann man die 10.000 irgendwie zusammenkratzen? Das wirkt so utopisch. Äh, ja, das ist auch utopisch. Aber ich glaube nicht, dass man sie zusammenkratzen kann. Äh, Tim meinte ja mal, dass man, äh, eventuell einfach nur alle 50 goldene Raben braucht. Oder Falken? Wie heißen die? Raben, Falken? Ich weiß nicht, was ich meine. Ähm, und man dann eventuell damit, äh, ich komm hier nicht weiter, ne? Ähm, dass man damit dann quasi ihn besänftigen kann. Und dass er dann vernünftige Preise macht. Aber ich weiß es nicht, weil dazu müssten wir erst mal alle 50 Falken finden. Und die Frage, ob wir immer noch alle 50 Falken bekommen können, die steht ja nun, ähm, so ein bisschen im Raum. Aber ganz ehrlich, ich möchte diese 50 Falken auch nicht mehr finden, müssen, wollen, wie auch immer. Weil das ist mir einfach dann zu stressig, die noch alle abzusuchen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt noch alle kriegen können. Ich geh mal davon aus, dass nicht. Ähm, deswegen ist mir das, was das eingeht, eigentlich, naja, egal. Äh, irgendwie sowas war aber, ja, okay. Deswegen, ich weiß es nicht. So, äh, wir nehmen einfach mal gerade eine andere Verteidigungswaffe. Und gehen mal nach hier unten, weil ich glaube, wenn ich hier runtergehe, komme ich zu dem Händler. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Geldcheat? Ja, das können wir gerne noch ausprobieren. Also, ich würde das aber nicht jetzt im regulären Spielverlauf machen. Also, wenn, dann eher hinterher mal. Also, dass wir hinterher mal, äh, einen Speicherstand einfach laden. Ich mach gleich nochmal einen Speicherstand. Wir laden hinterher einen Speicherstand und gucken einfach mal, was diese Items bringen. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. So, Opa. Na, willst du jetzt was kaufen oder nur dumm rumstehen? Ja, ich bin ja schon da, du Lump. So, ähm, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Kraut. Ja. So, oh, vielen Dank. Oh. Jetzt fang ich schon genauso an, wie hier, äh, wie hieß die Grille bei Okami? Oh. Er hat auch so geredet, ne? Wie hieß der nochmal? Ich hab keine Ahnung. Isun. Ja, sag doch euch mal mit I. Isu. Ja. Ne. Ja, ein Golden, äh, ein Gulden günstiger als Innoa. Ja, das stimmt. Ähm, beziehungsweise Innoa hat's zuletzt... Was mach ich? Ey, ist egal. Innoa hat's zuletzt genauso viel gekostet. Ähm, drei haben wir grad mal. Ähm, weil sie die Preise runtergesetzt hatte. Ich weiß nicht mehr warum. Äh, war auf jeden Fall so gewesen. Ich glaube, weil... Weil irgendwas war. Ich kann's dir nicht mehr mehr sagen. Es ist einfach nur zu lange hier. So, okay. Wir brauchen noch ein paar von den Dingern. Da kann ich mir hier auch so einen Trank kaufen. Ähm, um hier die Magie wieder aufzufüllen. Oh, vielen Dank. Bitteschön. So. Ja. Nehmen wir mit. So. Ach ja. Viele, viele Heimkräuter. Na. Ja, wir müssen uns ja für den großen, 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 großen Kampf, äh, ein wenig rüsten. Ich hab keine Ahnung, wie stark der wird. Der, äh, Dingenskirchenzieher. Äh, äh, Namensentscheidung Rauch. Ihr wisst das. Ähm, deswegen kann ich mir sowas nicht merken. So, äh, was? Schon voll? Ah, schon voll. Okay. Ähm, kann man den Namen, wie gesagt, nicht merken? Melmak? Ne, wie hieß der? Melmak war bei Alf, ne? Melzas, genau. Melzas. Den hab ich doch gesucht. Melmak. Hihi, 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 hihi. Melmak ist aber auch geil. Hahaha. So, hier, einmal voll machen, bitte. So, haben wir gemacht. So. 24 Gulden ist aber auch echt heftig, ne? Ja, ja, war bei Alf. Melmak war, ähm, das war der Planet, wo Alf hergekommen ist. Richtig. Ja, sag ich doch. Hä? Haben wir Delay? Kann das sein? Sag mal, ich komm, es kommt mir so vor, als hätten wir Delay. Oh, 200 Gulden. Wir haben doch irgendwie ein Delay drin. Kann das sein? Ich muss mal grad schauen. Moment mal. Irgendwie. Bei dir immer? Hä? Ich hab doch gar kein Delay eingeschaltet. Moment, ich guck mal gerade. Stream-Verzögerung ist aus. Hä? Das verstehe ich aber nicht. Komisch. Also, eigentlich durfte ich kein Delay haben. Ich muss mal gerade gucken. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Sekunden ist aber normal. Also, vier, vier Sekunden sind normal mit Delay. Also, das ist, das ist kein Delay. Das ist normal. So. Okay. Weiter geht's. Beziehungsweise, zurück geht's. Zurück. Jo, ach, ich hab hier auch gleich ein Portal. Hohohoho. Gut. Werde ich doch gleich da reingehen können, nicht Hammel, ne? Warum sagt das keiner? Warum sagt keiner vor? Dem Händler gibt's ein Portal. Weil's keiner gewusst hat. Ich auch nicht. Das ist alles gut. So, Memory Card wird überprüft. Ich bin gespannt. Prüfe. Drum prüfe, wer sich ewig speichert. Oder ich. Sind vier Sekunden. Ja. Sind, wie gesagt, vier Sekunden. Ich hab's gerade geprüft. Ich hab mit dem Kopf gewackelt und hab gezählt. Oh. So. Geschichte erfolgreich gespeichert. Okidoki. Dann, äh, ich glaub, wir müssen hier... Ne, da müssen wir nicht... Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt rein? Da oben, glaub ich. Glaub ich, hier müssen wir rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Nein, ich bin hier falsch. Ich bin hier sowas von falsch. Hallo. Mensch, wo muss ich hin? Also hier kann's, glaub ich, auch nicht gewesen sein. Weil hier komm ich doch eigentlich in den Morgwald, oder? War das hier? Ja, das war hier. Hier möchte ich auch nicht hin. Äh. Ähm. Ähm. Äh. Die kann's nur hier unten sein. Kommt nochmal der Lars. Lars von Mars. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen, ob Lars sich nochmal zeigt. Aber ich geh davon aus. Mann, ey, hier bin ich auch verkehrt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Muss ich hier links? Wo war denn der Laden nochmal? Hä? Ich kann hier vor allem auch nicht einfach ins Wasser hüpfen, ne? Das wär ja zu einfach. Ah. Ich glaub, ich muss da... Mann, wie war denn das? Äh. Nicht. Au. Oh, Geld. Sehr gut. Ich muss mal grad die Waffe wechseln, seh ich gerade. Äh. Ja gut, den hätte ich jetzt irgendwie nicht gebraucht, aber ich nehm den drott. Oder den mit? Mehr du. Ei, 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 ei. So, hier muss man einmal, äh, ein bisschen Heckel schneiden. Plopp. So. Uh. Dankeschön. So, was ist das hier nochmal gewesen? Das war der Feuertempel, glaub ich, ne? Aber da kann ich auch nicht nochmal rein. Ich will auch gar nicht nochmal rein, Smits. Auch ehrlich gesagt. Ich glaube, ich musste hier hochlaufen, ne? So, rennen wir mal ein Stückchen. Ja, so weit kommen wir auch nicht mit dem Rennen. Ähm. Das muss doch jetzt hier irgendwo gewesen sein, ne? Ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, wir gucken mal. Wir finden den Weg schon und wenn es eine halbe Stunde dauert, ist mir das ehrlich gesagt. Auch wurscht. So. Äh. Da fehlen noch Items im Inventar. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich die herkriege. Ah, guck mal, hier ist ne Küste. Hier war ich auch nicht. Hoho. Schön. Wasserbuch erhalten. Ähm. Gut. Das ist okay. Ich nehm es. Ich nehm es. Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Und warum ich jetzt ausgerechnet jetzt hierher gekommen bin, das war wirklich zu weit. Das ist okay. Ja. Da war ein Item. Es fehlen eigentlich nur noch drei Items. Also, beziehungsweise vier Items. Ich hab aber keine Ahnung, was da unten rechts noch für Items hinkommt. Beziehungsweise ob oben noch ne Waffe fehlt. Das kann ich euch nicht sagen. Ähm. Das, äh. Ja. Das steht nicht in meinem Wissensschatz. Könnte sein, dass da noch irgendwas fehlt. Aber eigentlich waren wir eigentlich schon überall. Theoretisch. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen. So. Ja, ja, ja. Der macht hier gehacktes. Ich glaube, der ist Fleischer. Er hier auch. Ja. Gehen wir hier hoch. Und dann hier rüber. Ich glaube, hier müssen wir hin. Ich glaube, das hier sieht schon eher nach dem aus, wo wir hin müssen. Ja, mach du nur. Schüttel. So, machen wir hier einmal Kraterpong. Und dann gehen wir hier hoch. Könnte das richtig sein hier? Ich mag es nicht. Ja, nee. Und da war noch eben ein Stein. Wo war noch ein Stein? Ach, du meinst den... Du warst immer eine Schildkröte, oder? Was meinst du? Warte mal. Guck nochmal gerade, wo du meintest. Stein. Das war, glaube ich, nur eine Schildkröte. Meinst du das Ding hier? Meinst du die da? Das ist eine Schildkröte. Oder meinst du den hier? Nein, einer zum Hochheben. Ach so. War hier noch einer zum Hochheben? Sicher? Ach, ich hab' ich gar nicht. Oder? Guck mal mal gerade. Wenn, dann muss ich hier drüben gewesen. Nein. Oder? Hier ist keiner. Guck mal gerade, wo du meinst. Ach, hier meinst du. Ja, stimmt. Der war aber so sinnvoll wie... Oder? Ne, hier war ich schon. Guck mal. Hier an die Kiste hab' ich schon geöffnet. Aber gut, dass du es gesehen hast. Ich hab' die... Den Stein zwar auch gesehen, aber ich hab' ihn gesagt... Ich hab' mir gekonnt gesagt, ich ignoriere ihn einfach, weil ich da bestimmt schon war. Und ich war das. Aber gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Es hätte ja sein können, dass er irgendwas Geiles noch liebt. Man weiß es nicht. Hier sind auf jeden Fall noch einige Kisten, die ich noch nicht erreicht habe. Wo ich mir dann aber auch gesagt hab' Ne. Wow. Das war aber sehr knapp. So. Und hups. So, gucken wir mal. Es müsste jetzt hier gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, hier ist das Portal. Doch dann... Das ist dann quasi hier oben noch gewesen. So, weg mit dem Ding. Dann einmal hier nach oben. So, ich guck mal gerade hier aufs Schild. Aufs Schild. Morgwälder. Teich. Dorf von Inua. Teich? Muss ich Richtung Morgwälder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Morgwälder. Wald von Inua. Das kann doch nicht sein. Hier war ich doch vorhin schon. Ah! Hier war ich doch schon. Zum Teich? Sicher? Ne, ich musste doch zum See. Ich musste doch zum... Ne, zum Teich muss ich nicht. Ich musste zum See. Und der war... Ganz links. Der war ganz links. Meine ich. Da ist noch die Kiste. Da muss ich aber nicht mehr ran. Am Teich sind die Wappen. Echt? Sicher? War die nicht da links irgendwo? Aber ich bin doch vom Teich gekommen, oder nicht? Oh. Schaust in die Kiste in der Hoffnung... Hä? Hier. Die da in der Mitte. Achso, ja toll. Den totte ich. Ich meine, es war am See. Ich kann mich aber auch jetzt irren. Also, irren mit Ö. Wie komme ich hier wieder raus? Hä? Hä? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hä? Ah, hüpfen. Hab ich nicht gesehen. Hier ist auch noch so ein Stein. Der Stein muss weg. Oh. Dass ich den Jump geschafft hab? Wundert mich. Ne, hier bin ich auch falsch. Verdammt nochmal. Wo war denn das? Ich hab das... Hab ich das Spiel noch hier? Warte mal. Wo hab ich denn das hingetan? Hier steht der Landrat. Wir gucken ab, die Karte. Wozu haben wir so eine tolle Karte? Wenn eh nix draufsteht. Karte. Das ist Inoa. Und der... See ist nicht auf dieser Karte eingezeichnet. Wer hätte es gedacht. Oh, mein Gott. Das war aber knapp. Oh, Gott. Wo kam der Arsch denn her? Oh. Junge. Brenner. Oh. Ei, 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 ei. Mach das nicht nochmal. Kam hier der... Räufer auf einmal angeschissen. So. Ähm. Ja, gut. Also wir sind jetzt ganz unten links. Da müssen wir offensichtlich nicht hin. Ähm. Genau, wir sind ganz unten. So, hier ist der Feuertempel. Mich nicht alles täuscht. Um den war ich ja eben schon mal drum rumgelatscht. So, gehen wir mal beiseite, Digga. War das hier hoch? Kann das sein? Ciao. Ne, von da bin ich da auch gekommen. Willst du mich verarschen? Wo war das nochmal, Fax? Nochmal. Hier war ich doch schon. Hä? Ich hab keinen Plan mehr, wo das war. Ich komm mir grad so ein bisschen doof vor. Es tut mir leid, aber ich komm mir grad echt ein bisschen doof vor. Kann nicht sein. Wo war der Laden? Ähm. War das hier rechts? Was? War das hier rechts? 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 War das hier rechts?